Junge Junge So, hallo Georg Einmal die, ja, und die bekommst du, und die bekommst du, oh Gott, das wird so ekelhaft, wieso mache ich das, wieso, oh je, oh je, oh, das Chantoromani wirkt immer noch, das ist ja hart, So, okay Äh Da will ich aber noch gar nicht hin Äh Bin ich so gut oder was Hä Moment Hä, ich komm nicht mehr zurück Das verstehe ich nicht Achso, warte mal Ja, ich muss natürlich auch jetzt Nachrichten bekommen Schnell Ah, ja Okay, okay, okay Ich bin völlig im Bilde Aber, ich glaube ich muss den Schalter auch aktivieren Um An das Herzteil zu kommen Ich bin aber beim ersten Mal schon richtig gelaufen Ich pack's gar nicht Ah, das war so dumm Ich bin völlig Ich bin völlig Na gut, dass ich noch nicht die Maske abgegeben habe. Was? Der sagt ja jetzt nur, wo die Masken waren. Hä? Aber wo geht's da? Einfach nur in den weiteren Raum? Ja gut, das wäre ja auch sonst ein bisschen einfach, das Rätsel fällt mir gerade so auf. Na gut, dass ich das Springen ein bisschen besser mittlerweile kann. Doch nicht! Nein! Ja, ja, diese Rätsel werden nie langweilig. Ey Leute, das ist das Beste, was ich je machen konnte. Kauft euch Chateau-Romanie. Verflucht noch eins. Beim Sprudel. Warum kriege ich das nicht hin? Ich muss beim Sprudel hoch springen. Ich schieße auch kurz vorm Ende. Ich will doch jetzt nur fertig werden. Alles klar. Wenn ich hier versage, werde ich wahrscheinlich... Werde ich wahrscheinlich alles nochmal machen müssen. Oh shit! Das heißt, ich muss jetzt dann wieder dahin, wo die Fische sind? Halt! Oh, oh, oh nein, oh nein, ich werde gezogen. Das ist gar nicht gut. Da sind die Fische. Wie? Fuck! Jetzt sage ich jetzt wieder von ganz vorne machen, oder? das ist so spannend hier das ist so spannend das heißt muss in die mitte in der mitte ist dann das herz teil was nichts daran ändert dass die chateau romanie eine echt gute war ich mache es ganz schön spannend nicht wahr schreibt es in die kommentare wenn es spannend ist action action unter wasser man gut dass hier die zeit nicht läuft sonst wäre ich ziemlich am popo stell dich mal vor die mondzeit würde hier laufen du hast nur so und so viele stunden um jetzt alle dungeons zu machen sehr bedauerlich wenn du es nicht schaffst so aber habe ich hier was übersehen nee habe ich eigentlich nicht warte mal erinnere ich mich vielleicht noch wohl das letzte wo war das herz das muss auf jeden fall die letzte tür sein was ist das herz teil nein was ist das herz teil dasosters wła wenigstens wo wir lang müssen man das macht so spaß ich muss mir doch nur merken immer beim sprudel erst nach oben hätte ich daran gedacht dass erst im letzten abschnitt das herzteil sein könnte werden wir einiges erspart geblieben glaube ich ja wohl so läuft eigentlich noch gar nicht machen ich werde mich den ganzen weg ja noch mal schwimmen müssen wenn ich das herzteil habe erst springen beim sprudel wir erinnern und ich will schreien wegen den zwei sekunden jetzt ernsthaft nicht mal zwei sekunden 0,5 und dann springt er auch noch so hoch also wie ihr seht eigentlich ist es echt nicht schwer man sollte sich nur nicht anstellen wie der letzte aber dafür bin ich ja da euer depp vom dienst der tiger dann er nicht das hat er er hat er 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 ich meine würde ich für mich alleine spielen ist ja kein thema aber langsam läuft meine festplatte voll du bist für die da die nichts können und nur fehler machen ich danke und ja 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 jetzt leute hätte ich schon vor zehn minuten schaffen können so ab jetzt ist es easy ganz easy so 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 ich brauche die ganze magie die ganze zeit eigentlich gar nicht aber ich sammle sie das ist nicht wahr da war ein zwischenabschnitt da war ein zwischenabschnitt und ich dachte ich wäre durch das ist so schlimm und ich muss mal echt langsam hin machen weil ich habe jetzt alles am stück aufgenommen bisher und ich fürchte langsam um eine festplatten kapazität schade dass mir die flusszeit nicht angerechnet wird so so dreckig so dreckig alter wo arsch jetzt will er auch noch masken dafür bitteschön gieriges bike hier hier die maske der liebenden auch noch das einzig wahre was mag das wohl sein ich frage mich wenn du das einzig richtige machst macht das wirklich alle zufrieden ja ich mache immer das richtige